Die einen freuen sich über Schmuck, die anderen über Technik Kim Kardashian, 37, freute sich über etwas völlig anderes. Die Reality-Queen verriet jetzt auf Sozialmedia, was ihr der Weihnachtsmann beschert hat. Und dieses ganz persönliche Päckchen muss nun im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr verpacken. Sie hatte sich so sehr dafür geschämt – jetzt die freudige Botschaft am Weihnachtsmorgen, ihre Hautkrankheit ist beinahe verschwunden. Oh mein Gott, meine Schuppenflechte ist fast weg. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt, freute sich in ihrer Instagram-Story. Die lästige Erkrankung liegt bei ihr in der Familie, denn auch Mama Kris, 62, ist betroffen. Bereits im November verkündete die Kurven der OT, dass sich ihre Lage dank einer speziellen Lichttherapie bereits gebessert habe. Das ist so abgefahren, denn sie ist seit Jahren nicht verschwunden, erzählte die Unternehmerin bei People. Von ihrem Gatten Kanye West, 40, hat auch etwas geschenkt bekommen, das sich nur schwer unter den Christbaum legen lässt, der US-Rapper schenkte seiner Herzdame ein Aktienpaket im Wert von mehreren hunderttausend Dollar. Die Unternehmerin besitzt daher jetzt unter anderem Anteile an der Walt Disney Company, Netflix, Amazon, Apple und Adidas, wie sie ebenfalls in ihrer Story verriet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017